Ja Joel, jetzt haben wir ein paar Aufgaben bekommen. Worum geht's? Was steht jetzt an? Also als nächstes werden wir in die Stadt gehen von Frankfurt. Dort werden wir in erster Linie einen Korb bekommen, also auf die härteste Weise abblitzen. Danach gibt es noch verschiedene Aufgaben, die wir zu erledigen haben, wie 15 mal Hi sagen, 5 Komplimente ausgeben und 5 Gespräche von 2 Minuten zu halten. Also das Mahltagverfahren über die Ortschaft, was geht heute Abend. Einfach so ein bisschen. Und wie geht's dir jetzt, wenn du jetzt an die Aufgaben denkst? Bist du schon ein bisschen nervös? Bist du gespannt? Freust du dich drauf? Wie geht's dir damit? Ich freue mich drauf, nur ich stelle mir die Frage, wie ich das hinbekomme, dass ich einen Korb kassiere. Also richtig auf die üble Art und Weise. Der Rest heißt auch, ja, es stellt mir keine Scheu, das zu vollbringen. Es ist nur der Korb, also wie ich das ganz bewusst herbeiführen kann. Okay, und wie das verlaufen ist, davon erzählen wir euch dann gleich in dem nächsten Video. Danke, tschüss.